Mein Name ist Stefan, ich unterrichte hier in der Schule Kinder und Erwachsene in Selbstverteidigung. Die Kinder kriegen ein ganz spezielles Programm, was gegenüber Gleichalterigen sie befähigt, sich zu behaupten und gegenüber Erwachsenen bei eventuellen Übergriffen sich da auch richtig zu verhalten. Seit Februar sind wir hier in der Bahnstraße in der Nähe vom Bahnhof. Wir bekommen nur positives Feedback und so soll das auch weitergehen. Hi, mein Name ist Shelko, ich bin hier bei Taifun. Ich treibe hier Luther Liefer und Thai Boxen. Es macht beide sehr viel Spaß. Es ist auch fitnessmäßig sehr gut, also da kann man sich die Fitnessstudios auf sparen. Die Trainer sind beide super. Armin macht vor allem das Thai Boxen, Armin das Luther Livre. Beide sehr kompetent, sehr hochrangig und auch hier in Deutschland sind sie deutschlandweit bekannt. Wir bieten eine große Trainingsfläche mit einem Boxring, Kettlebells und anderen Trainingsgeräten. Mir gefällt es hier sehr gut. Der Zusammenhalt ist super. Die Trainer sind super nett und höflich und hat super Möglichkeiten und Vielfältigkeit, um sein Training so wie man möchte zu definieren. Mein Name ist Mastatosh Ueno. Ich trainiere seit Februar bei Taifun Sports, das Muay Thai. Und ja, ich bin positiv überrascht, weil es wird hier in ziemlich kleinen Gruppen trainiert. Es ist auch gleichzeitig etwas für Anfänger und für Fortgeschrittene. Ich bin Ricardo Farin, bin 16 Jahre alt. Ich bin seit ein paar Wochen hier und mache Thai Boxen. Ich habe vorher schon Thai Boxen trainiert, aber hier hat es mir deutlich besser gefallen als in meinem Verein davor. Deswegen habe ich den Verein gewechselt. Ich finde die Räumlichkeiten hier auf jeden Fall sehr gut und die Atmosphäre und dass alle Leute hier zusammenhalten. Wir sind sehr zufrieden. Das kann man nur weiterempfehlen. Falls wir euer Interesse geweckt haben, besucht doch unsere Internetseite oder kommt zu einem kostenlosen Probetraining einfach vorbei. Ich habe sokoholdet, was wir haben gesehen. Bis zum nächsten Mal.